Bei der Planung von Doppelhäusern, Doppelhaushälften oder auch Reihenhäusern gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Planung von Gebäude- bzw. Wohnungstrennwänden. Sie dürfen sich zunächst einmal fragen, wie soll das Objekt bzw. die Objekte verkauft werden? Möchten Sie jede Haushälfte einzeln kalkulieren oder wollen Sie den Gesamtpreis ermitteln, also einen Plan mit allen Gebäudeteilen erstellen. Danach richtet sich im Endeffekt die Erstellung der Pläne mit anschließender Kalkulation. Neben der Angebotserstellung ist aber auch ganz real die Frage, wie wird das Gebäude eigentlich gebaut? Haben wir ein Doppelhaus mit zwei Hälften, die zeitgleich gebaut werden als ein Objekt mit Wohnungstrennwänden oder haben wir Reihenhäuser, die vielleicht sogar mit sechs Monaten Pause zwischen den Bauabschnitten realisiert werden und wir neben Kerndämmung und Gerüst auch noch eine Fassade für sechs Monate benötigen? Im ersten Video der Serie werden wir das Thema Wohnungstrennwände betrachten. Wohnungstrennwände werden in VE-Plan mit Innenwänden erstellt. Wir erschließen uns die Thematik am Beispiel eines Doppelhauses mit zwei Wohneinheiten. Im zweiten Video der Serie werden wir uns mit Gebäudetrennwänden beschäftigen. Das sind im VE-Plan Außenwände bzw. Wandscheiben. Diese Variante werden wir an einem reinen End- bzw. Mittelhaus besprechen. Bei allen Vorgehensweisen gibt es Unterschiede zwischen den Branchenmodellen Massivo für die Massivbauer und Holzner für die Holzbauer. Im dritten und letzten Video der Serie werden wir noch einen Spezialfall betrachten, bei dem die angrenzenden Häuser versetzt stehen und die Gebäudetrennwände im Kontaktbereich keine Fassade bekommen. Dabei kommt die Fassadengestaltung mit Fassadenteilflächen zum Einsatz. Bei allen Videos wird die Planung immer im Hinblick auf die korrekte Kalkulation erläutert. Und jetzt viel Spaß bei der Videoserie.